Musik 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 Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lazy Lightroom. Darum, für alle, die das Format noch nicht kennen, sei kurz gesagt, es geht darum, Bilder für meinen, für den, ich sag schon mal fast den gemeinsamen Instagram-Account auszuwählen, zu schauen, was da strategisch vielleicht die beste Vorgehensweise ist und vor allen Dingen die Bilder, die ich euch hier im RAW und RAW-Zustand zeige, dann so zu bearbeiten, dass sie auch etwas hermachen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir steigen gleich in Medias Res ein, kann man das so sagen? Nein, wir gehen gleich in Medias Res und schauen mal auf den großen Auswahlbildschirm. Und ich würde heute auch wieder, wir hatten gestern das Foto einer jungen Dame gepostet und ich fand, das kam nicht schlecht an. Man muss natürlich, auch das habe ich gestern schon gesagt, bei der Wahrheit bleiben, die kommen immer nicht schlecht an. Also würde ich da einfach jetzt mal am Ball bleiben, einfach mal am Ball bleiben und mir sticht direkt das Foto hier unten ins Auge. Das mir da sehr gut gefällt. So, die Dame selber, finde ich, liegt da wunderbar wie platziert, gefällt mir alles sehr gut. Ein bisschen stört, ich mache immer am Anfang nicht, dass ihr euch wundert, so eine Art Selbstbildkritik. Also schaue, was nun gut ist und was nicht. So ein bisschen sind da störende Elemente. Das Bild ist mir insgesamt ein bisschen zu flau, auch ein bisschen zu grün, seltsamerweise. Das hat irgendwie so, nicht nur der Tisch ist grün, sondern, ich mache es mal etwas größer, auch die Wand hat so einen merkwürdig grünen Stich. Und hier ganz unten ragen da auch noch wirklich andere Bestandteile ins Bild, die mir jetzt nicht so passen. Da müssen wir gleich ein bisschen dran arbeiten und schauen, wie wir einen schöneren Bildausschnitt hinbekommen. Und meine Empfehlung, wie auch die letzten Male, ist, solche ganz groben, die grundsätzlichen Veränderungen, wie Bildausschnitt, wie störende Elemente entfernen, stürzende Linien begradigen. Das würde ich immer so als erstes machen, dass man halt schon an dem Bild so arbeitet, wie es sein muss. Und da muss man schauen. Wir gehen jetzt hier oben ins Entwickeln-Modul und klappen das Entwickeln-Modul hier auch mal dauerhaft aus. Und ich würde da tatsächlich jetzt erstmal in den Beschnitt auch gehen. So, was mich stört, ganz grundsätzlich, was auf jeden Fall weg muss, ist hier unten, da ragt so etwas Schwarzes mit ins Bild. Die Stühle werden wir nicht wegzaubern können. Die sind ja, gehören ja vielleicht auch einfach mit ins Bild. Rechts und links steht ja einer, aber dieses Schwatte muss auf jeden Fall weg. Deswegen schauen wir mal, ob das einfach schon so geht. Ja, das geht, aber ich würde auch den Winkel, also sie liegt ja so diagonal, aber eigentlich, also sie liegt in Wirklichkeit diagonal, aber auf dem Bild nicht so richtig diagonal. Deswegen mal schauen, ob wir über das Drehen des Bildes da noch was rausholen können. Um das noch ein bisschen zu verstärken. Ah, da wird es etwas länger. Nichts gegen einzuwenden, Hauptsache sie ist noch komplett zu sehen. Und dann würde ich das Original-Seiten-Verhältnis vielleicht mal auflösen. Das geht über dieses kleine Schloss hier oben rechts. So, das Original-Seiten-Verhältnis ist jetzt gewählt und über das Schloss abgeschlossen. Ich schließe das Schloss jetzt mal auf. So, und jetzt können wir eben auch zum Beispiel wie hier unten etwas mehr ranfahren und dem Bild insgesamt einen etwas engeren Beschnitt geben. Mal sehen, ob wir es noch mehr gekippt bekommen dadurch. Auch das geht tatsächlich. Oh, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, geht auch. So, jetzt liegt sie da ohne die ganz doll störenden Sachen. Und lassen wir es erstmal so. Jetzt würde ich sagen, gehen wir im zweiten Schritt hin und arbeiten erstmal wie immer an der grundsätzlichen Belichtung. und wir sehen oben im Histogramm, dass die grundsätzliche Belichtung nicht total falsch ist. Wir haben überall irgendwas, vielleicht ganz helle Bereiche fehlen etwas, aber das Bild ist relativ ausgewogen. Ich würde es trotzdem etwas heller machen, weil sie als Hauptfigur ja auch eindeutig sehr im Schatten liegt. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir die schattigen Bereiche, also die uns zugewandte Seite von ihr, ein wenig aufhellen. Auf der anderen Seite, die jetzt durch das insgesamt Aufhellen etwas zu hell gewordenen Bereiche im Hintergrund, über eine Korrektur der Lichter, eben leicht wieder abschatten. So, und ein Versuch noch an den Tiefen zu drehen, dann wird es zu viel. So, jetzt ist es schon richtiger, jetzt arbeiten wir noch an den Farben. Wie gesagt, es ist ein bisschen grün drin. Kann natürlich sein, dass die Kamera ihre pinken Haare da so sehr gemessen hat, dass sie mit grün gegengesteuert hat. Deswegen gebe ich wieder ein Ticken pink rein und ein ganz kleines bisschen gelb. So sieht das auch schon besser aus. Habe ich das wirklich eben so knapp beschnitten? Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu knapp. Wenn die Hand da schon an dem Bildrand stößt, dann muss ich das wieder rückgängig machen. Fällt mir jetzt erst auf. So, dann haben wir, kommen wir schon so in den Kreativbereich. Dann haben wir das Bild so relativ neutral und gut. Gut im Sinne von technisch richtig. So. Und jetzt werden wir mal ein bisschen kreativer. Wir drehen mal ein bisschen am Kontrast. Und ich glaube, Kontrast kann das gut vertragen. Und da sie ja wirklich jetzt auch relativ relativ wenige, nicht nur wenige, sondern da sie ja auch jetzt makellos geht mir jetzt immer durch den Kopf. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber da sie jetzt eine schöne Frau ist, also die jetzt auch keine großen, was weiß ich, Narben oder sowas hat, die man da jetzt irgendwie, wenn man es denn wollte, wegmachen müsste, können wir auch ein bisschen Klarheit drauf geben. Dann knallt es noch ein bisschen mehr. Durch die Klarheit sind aber zwei Dinge entstanden. A sind die Arme hier sehr, sehr hell geworden und die Knie so merkwürdig blö, als wäre sie, was weiß ich, da wie ein Kind beim Spielen auf die Knie gefallen. Das ist nicht so schön. Da würde ich jetzt tatsächlich da getrennt noch ein bisschen nacharbeiten wollen, indem ich einmal das Pinselwerkzeug benutze, nochmal zur Erinnerung, oben rechts und sowohl als mit Werkzeug Nummer 1 mal die Knie kurz ein wenig anmarkere. Mal schauen, ob mir das gelungen ist. Nur, durchaus. Und da nehmen wir die Klarheit wieder raus. Wir sehen, ich mache es mal übertrieben. Wir können die Knie da ganz knalleknieig machen. Wir können es aber auch rausdrehen. Dann drehen wir die Klarheit raus und vielleicht die Helligkeit, vielleicht den Kontrast auch noch ein bisschen raus. Die Belichtung ein kleines bisschen mehr. Darf ja auch nicht zu sehr auffallen. Und auf der anderen Seite mit einem neuen Werkzeug dann die Arme, die durchaus auch hier wieder anmarkiert. Da ist ein bisschen viel. Die durchaus ein wenig nur ein Tacken. Soll ja nicht unnatürlich aussehen. Ein Tacken dunkler sein können. So, drittes Werkzeug. Schauen wir mal. Wir haben da jetzt die etwas roten Hände. Gegen Rot können wir nur schwer vorgehen. Ein bisschen Grün rein vielleicht. Aber vor allen Dingen die Sättigung leicht entfernen. und schon leuchten auch die roten Hände nicht mehr so. So, jetzt zeige ich euch das mal im Vergleich. Wir schalten das Werkzeug ein und aus. So, achtet auf die Knie. Achtet auf die Arme und die Hände. Und so sieht das schon ausgewogener und besser aus. dann schauen wir insgesamt noch mal über die Dynamik. Die Dynamik ist ja so ein Bereich der so eine Art Sättigung, die aber den Kontrast des Bildes und den Farbauftrag mit berücksichtigt. Das heißt, die Farben, wenn ich sie stärker reindrehe, knallen nicht so überlagernd. Und wenn ich sie ganz rausnehme, verschwinden sie auch nicht 100%. Also es ist ein sanfteres Sättigungstool. Und ich glaube, ich probiere mal beides im Extrem, ganz stark rein, ganz stark raus. Das kann so ein bisschen rausgedreht werden, dass es Richtung Schwarz-Weiß geht. So, jetzt haben wir ein großes Problem bei dem Bild, das mir an sich sehr gut gefällt, aber wir haben diese riesen Farbfläche hier oben. Und die ist mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu langweilig. Da schaut man doch sehr hin da oben. Deswegen würde ich sie abdunkeln wollen. Ich versuche es erstmal auf die Lazy Lightroom-Methode, nämlich durch Effekte wie Netierung, die ich ja eh sehr gerne benutze. Und wir dunkeln das Bild einfach am Rand mal sehr ab. Das ist für unten nämlich auch auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das bringt hier unten schon mal ein bisschen Leben ins Bild, aber die große Fläche in der Mitte ist eben immer noch nicht schön. Also so, wie ich sie gerne hätte. dann wende ich da noch mal einen Korrekturpinsel an. Schauen wir mal, ob es das uns irgendwie weiterbringt. Das geht schon irgendwie und fahre da die Belichtung ein wenig runter. Das darf ja ruhig ungleichmäßig sein. Etwas ungleichmäßig oder als würden da noch Schatten entstehen. Das sehen wir so an der Tischkante. Das macht soweit relativ wenig. Wir können den Lightroom ja nicht wirklich ins Bild hineinmalen. Das geht tatsächlich leider nicht. Wir können die Struktur der Wand noch ein bisschen betonen. Tiefen sogar noch etwas runtersetzen. Und wisst ihr was? Wir können oben auch schlicht noch ein ganzes Stück abschneiden. Was soll's? auch das sieht definitiv schon besser aus. Also so ein wirklich liegendes. Dann haben wir auch beide Stühle angeschnitten. Da muss sich der eine nicht gräben. Komm, nehmen wir noch ein Stück weg. Ungewöhnlich. Relativ starker Beschnitt. Und ich muss gestehen, ab so einem gewissen Grad an Beschnitt, muss man sagen, da hätte man das Bild eigentlich auch anders aufnehmen müssen, bin ich hier so am Rande. Also hätte ich besser drauf achten können. Muss man auch mal offen sagen. So, den Füßen, die jetzt da in der Vignettierung verschwinden, gebe ich definitiv noch ein bisschen Licht, dass es nicht ganz so dämlich aussieht. Ganz leicht nur. So, dass es auch nicht so unnatürlich wird. Das geht aber. und irgendwie kann es noch ein bisschen Kontrast vertragen, oder? Büschen Kontrast, bisschen Kontrast, noch was, noch, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, ja gut, und dann gehen wir zum Ausgleich auch aufs Gesicht noch einen kleinen Tuppi an Helligkeit. Ah, sieht doch ganz puppig aus, sehr schön. hier unten noch ein bisschen dazu. So, sehr schön. Motiven noch ein bisschen rauf. Sehr schön. Jetzt hat das Gesicht noch entsprechende Kontur. Und ich würde vorschlagen, wie immer schauen wir uns das gleiche mal das Ganze mal im Vergleich an. erstmal zurück in die Gesamteinsicht. Das wäre das Bild, wie ich es gleich hochladen würde. Eine Menge Korrekturen, diesmal viel mit dem Pinsel gearbeitet und stark beschnitten. Jetzt mal die Einstellung mal zurück. das war das Foto vor der Bearbeitung und dies ist das Foto nach der Bearbeitung. Schon drastisch, schon eine Menge passiert. Und nochmal zurück. Sehr matschig, merkwürdig großes Format. und jetzt nochmal drastisch beschnitten, also in so ein über 16 zu 9 hinausgehendes horizontales, wie heißt es denn, jetzt bin ich begriffsfindungsstutzig, in so ein Landscape Format gebracht und eben mit den Farben und der drastisch etwas gespielt. Ja, ich bin damit jetzt zufrieden und bin mal gespannt, wie dieses Bild ankommen wird. Einmal noch für alle in großer Sicht und ja, haltet mir wie immer die Daumen, dass alles so laufen wird, so viele Zustimmung finden wird, dass mein Kanal, unser Kanal, sage ich ja fast schon, wächst und gedeiht. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen, so, also wie gesagt, man muss auch mit seinen eigenen Bildern immer ein bisschen kritisch sein, ich werde euch hier nicht, wenn Fehler in den Bildern sind, vorspielen, als hätte ich die geplant oder ich wähle auch wirklich, ich gucke manchmal vorher drüber, was man machen könnte, aber ich wähle jetzt nicht lange vorher Bilder aus, sondern ich lasse mich spontan leiten. Hätte ich da jetzt noch viel dran beschneiden müssen, hätte ich entweder einen ganz anderen Weg eingeschlagen, dann hätten wir es mal in schwarz-weiß umgerechnet, das kann ich demnächst auch mal machen, es wird auch mal wieder Zeit, schwarz-weiß kommt bei Instagram nämlich auch wirklich gut an, wir sind ja bei Instagram-Tipps, da gibt es so eigene Communities unter Tags wie Black & White oder einfach auch BW, also BW oder ach, da gibt es auch My Best Black & White Foto und also da gibt es sehr viele Gruppen, in denen sehr viel schwarz-weiß geschaut wird, also da würde ich glaube ich morgen, hoffentlich denke ich dran, sonst erinnert mich auch noch ein bisschen, was in der Richtung machen wollen, genau der Name bei Instagram, unter dem ihr mich dort finden könnt, axel-j-scherer, axel-j-scherer, also relativ leicht zu finden und ja, schaut einfach mit mir gemeinsam nach, wie unser Foto heute ankommt, wie das Bild, das wir gerade gemeinsam bearbeitet haben, ankommt und dann haltet mir die Daumen für alle, die länger dabei sind, der extreme Knick hat sich in einen leichten Aufwärtstrend wieder gewandelt, also wir scheinen nicht alles verkehrt zu machen und ganz so schnell wachsen, wie vorher wird es ja eh nicht, weil wir wollen ja nicht wieder den Tech-Fehler machen, äh, ne, so, wer nicht weiß, wovon ich rede, schaue sich die letzten Folgen an, da habe ich da ausführlich genug drüber gequatscht, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, wir sehen uns, äh, denke ich, morgen wieder, wieder so um den Dreh, äh, 20, 21 Uhr, mitteleuropäische Zeit, ist es doch hier, oder? Egal, wir kommen eh alle noch aus einer ähnlichen Gegend und ich wünsche euch jetzt guten Schlaf, gute Nacht und, äh, hat mich wie immer gefreut, haltet die Ohren steif und bleibt mir. Bis zum nächsten Mal.